Hallo, ich bin Christian Kunz. Ich bin Diplom-Pädagoge, systemischer Berater, Coach und Mediator. Ich arbeite seit 2015 an den kaufmännischen Schulen als sozialpädagogischer Berater. Ich helfe bei Problemen, bei Konflikten und bei Krisen, einfach wenn es jemandem nicht gut geht. Das können private Probleme sein, das können Probleme in der Klasse sein, aber auch Probleme mit Behörden, zum Beispiel dem Jugendamt, den Jobcentern, der Justiz, der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Aber auch bei einem unangenehmen Schriftverkehr mit Inkassobüros. Aus meiner Sicht sind Probleme kein Zeichen von Schwäche, sondern gehören einfach zum Leben dazu. Das Angebot, das ich mache, ist freiwillig und vertraulich. Das heißt, alles, was hier im Raum besprochen wird, bleibt unter uns. Ich werde nur tätig, wenn Sie das wollen. Und ich möchte Ihnen helfen, nach Lösungen zu suchen, die für Sie geeignet sind. Und dabei nehme ich mir so viel Zeit, Sie brauchen, und ich nehme mir auch so oft Zeit für Sie, wie Sie benötigen. Erwarten können Sie von mir Aufmerksamkeit, Interesse, Geduld und echtes Engagement. Du findest mich täglich von montags bis freitags ab 8 Uhr in der Schule. Entweder hier im Raum 215 oder im Lehrerzimmer oder im Coaching-Point. Meine Kontaktdaten sind auf der Homepage der KS Dill veröffentlicht. Dort findest du auch meine Handynummer. Ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen würden. Aber mit der KS Disserspü sä boss. Ich würde michもし immun Mateus oderÕ five mal machen. Wir wollen in der Hand ein Release.